Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr in letzter Zeit mitbekommen habt, bin ich zum Vergleich früher deutlich inaktiver geworden. Während ich damals fast alle zwei Tage ein Video hochgeladen habe, sind es heutzutage eins oder zwei in der Woche. Die Gründe für die immer geringer werdenden Uploadrate in der Woche sind verschieden. Eine wäre zum Beispiel, dass ich mir für meine Videos deutlich mehr Zeit nehme, um zu recherchieren und die Videos zu bearbeiten. Wenn ihr die jetzigen Videos mit denen von damals vergleicht, bemerkt ihr den Qualitätsunterschied. Außer bei der Tonqualität natürlich. Auch ein großer Punkt für die geringe Anzahl an Videos pro Woche ist einfach die fehlende Zeit durch Hobbys, Arbeit, Schule und Freunde. Da wird aktives Hochladen schwieriger. Damit ihr trotzdem regelmäßig mit Fußball-Content versorgt wird, probiere ich ein paar neue und kurze Formate aus. In diesem heutigen neuen Format werden wir uns die spannendsten und interessantesten Fußball-Maps, Karten und Statistiken anschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Format weitergeführt haben möchtet oder nicht. Je nachdem. Auch wenn ich die Idee schon seit längerem im Kopf habe, möchte ich nochmal erwähnen, dass Clever Krokodil auch so ein ähnliches Weltkartenformat hat. Während er sich aber eher um Geografie, Geschichte und Politik beschäftigt, fokussieren wir uns hier hauptsächlich auf Fußball und je nachdem auch über andere Sportarten. Ich habe jetzt schon zu viel gelabert und zu viel Zeit verbraten. Legen wir einfach mal los. Die allererste Karte, die wir uns angucken, ist die Karte der Länder, die schon mal Fußball-Weltmeister wurden. Zwar gehört diese Karte zum absoluten Fußball-Grundwissen, aber trotzdem kann man vieles aus dieser Übersicht herauslesen. In Europa wurden insgesamt fünf Nationen mindestens einmal Weltmeister. Einmal England, einmal Spanien, zweimal Frankreich, viermal Deutschland und viermal Italien. Der zweite Kontinent mit WM-Siegern ist Südamerika. Dort wurde Uruguay zweimal, Argentinien zweimal und Brasilien fünfmal Fußball-Weltmeister. Brasilien ist auch das Land, das am häufigsten die WM gewinnen konnte. Weitere Weltmeister außerhalb von Europa und Südamerika gibt es nicht. Aber vielleicht könnte Marokko dieses Jahr das erste afrikanische Team werden. Mal gucken. Durch die grau markierten Länder sieht man die Länder, die es Mainz Finale geschafft haben, aber nie Weltmeister wurden. Diese wären Schweden, die Niederlande, Kroatien, die Tschechoslowakei und Ungarn. Auf einer anderen Karte werden auch alle Weltmeisterfabrik markiert. Dieses Mal geht es aber nicht um die Turniersieger der Männer, sondern um die der Frauen. Wir wurden einmal Japan, um viermal die USA, zwei Länder außerhalb Europas und Südamerikas mal Weltmeister im Fußball. Die Vereinigten Staaten sind sogar das Land, das die Frauen-WM am häufigsten gewann. In Europa wurden zusätzlich noch Deutschland zweimal und Norwegen einmal Frauenfußball-Weltmeister. China, Schweden, Brasilien und die Niederlanden schafften es jeweils mal ins WM-Finale. Bleiben wir mal bei Weltmeisterschaften und wir gucken uns mal eine Karte an, die zeigt, in welchen Ländern meine Fußball-Weltmeisterschaft ausgerichtet wurde und wie oft. Hier sieht man, dass zwar auf den europäischen und amerikanischen Kontinent die meisten Weltturniere veranstaltet wurden, aber bis auf Ozeanien hat jede kontinentale Fußballkonformation eine WM ausgerichtet. Keine WM ausgerichtet hat Kolumbien, die die Gastgeberrolle der WM 1986 abgegeben haben. WM Ausrichter 1986 wurde letztendlich Mexiko, die auch die Weltmeisterschaft 1970 veranstaltet haben und die nächste Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika noch veranstalten werden. Mexiko ist somit das Land, wo am häufigsten eine WM stattgefunden hat. Apropos Weltmeisterschaft 2026. Die nächste Karte zeigt, wie bei der Vergabe für die Weltmeisterschaft 2026 abgestimmt wurde. Diese haben bekanntermaßen die nordamerikanischen Länder, die USA, Kanada und Mexiko gegen das Königreich Marokko gewonnen. Hier sieht man, dass die Mehrheit der afrikanischen Länder für Marokko abgestimmt haben. Auch für Marokko abgestimmt haben China, Frankreich, Italien, die Benelux-Staaten Belgien und die Niederlanden, die Türkei und Brasilien als einziges amerikanische Land. Vor einer Weltmeisterschaft Nordamerika waren bis auf Brasilien und Kuba jedes nord- und südamerikanischen Land. Auch die Mehrheit der europäischen und asiatischen Länder waren gegen Marokko. Auch Russland hat für die WM in den USA, Mexiko und Kanada gestimmt. Spanien, Slowenien, der Kosovo und Kuba haben an der Abstimmung nicht teilgenommen. Der Iran hat sich enthalten und über Ghana und Puerto Rico gibt es keine genauen Daten. Kommen wir jetzt zur nächsten Map und diese hat dieses Mal nichts mit Fußball-Weltmeisterschaften zu tun, nicht mal annähern. Denn hier sieht er eine Übersicht über die Länder, die Lichtenstein mal besiegen konnte. Die sind hier grün markiert. Lichtenstein ist dabei der blaue Punkt. Rot markiert sind die Länder, gegen die Lichtenstein noch nie gewinnen konnte. Zwar gewann Lichtenstein in ihrer Länderspielgeschichte gegen sehr, sehr wenige Teams. Was mich aber überrascht, dass das kleine Fürstentum mal... Dass das kleine Fürstentum mal gegen Nationen wie Island, Saudi-Arabien und Katar besiegen konnte. Die häufigsten Siege waren dabei gegen Luxemburg und am häufigsten verloren hat man gegen Nordmazedonien. Die nächste und letzte Karte für unser heutiges Video ist die Map mit den meisten eingetragenen Fußballvereinen weltweit. In der Top 10 sind Länder wie Deutschland mit 26.000, Italien mit 20.000, Brasilien mit 12.000 eingetragenen Fußballvereinen. Während ich aufgrund der Größe des Landes Russland mit 43.000 Clubs nicht so krass überraschend finde, verwundert mich Usbekistan auf Platz 7 und Südafrika auf Platz 1 am meisten. Bei Südafrika könnte man es so erklären, dass es dort deutlich leichter ist, Vereine zu gründen als in anderen Teilen der Welt. Aber bei Usbekistan habe ich keine Erklärung. Vielleicht gibt es jemanden in den Kommentaren, der mich da aufklären kann. Zwar interessante Map, jedoch zweifle ich ein bisschen an dieser Karte. Nicht nur weil Paraguay auf der Karte zu Brasilien gehört, sondern weil Peru nicht auf der Liste vertreten ist. Der peruanische Fußballpokal ist mit insgesamt 20.000 teilnehmenden Mannschaften der größte nationale Fußballpokal der Welt. Also muss dieser mindestens auf Platz 7 oder zumindest vertreten sein. Naja, egal. Das war es jetzt auch mit diesem Video. Wie findet ihr dieses Format? Soll ich es so etwas regelmäßiger machen oder sollte ich es erst mal mit der ersten Folge belassen? Keine Angst, dadurch werden jetzt nicht meine anderen Videos negativ beeinflusst, sondern sind neben den Shorts einfach eine nette Kleinigkeit nebenbei. Schreib Verbesserungsvorschläge und Wünsche in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal wieder mit einer Top-Liste.